moin moin meine lieben leute ich bin es der chance und wir spielen weiter der last auf was ellie wurde gefangen genommen und joel muss sie verletzt jetzt retten also es tut immer noch ein bisschen weh wie man sieht richtig fit ist er immer noch nicht aber wir müssen es tun denn sonst ist ellie verloren so habe ich keinen bock so rumzulaufen sich zugeben wo bist du das auch jetzt damit wenn dieses klicken kommt hinter mir ist der gerade eine waffe zieht und mich abnehmen will hört sich so an wenn ich klick klick dann hinkst du da oben los können wir bauen also wir können erste hilfe bauen molotov messer haben wir mal molotov bauen wir mal hier mehr können wir nicht bauen aber überall haben wir überall drei von erstmal gucken nein du sollst nicht anzünden du affe jetzt sagen wir mal so ach hier lass mal aufwachen aber wie finde ich sie ich habe da kein pferd das ist doch schon ein ganzes stück weg und da wüsste ja eigentlich wüsste er gar nicht also wo er suchen soll jetzt eigentlich oder könnte er eigentlich gar nicht wissen jetzt sollte sie nicht schreien hier ist sie hingelaufen naja ein paar gegner werden gleich hier sein und einen können wir aushorchen vielleicht okay gib mir deckung ich mache ich gebe dir ich leise dein komm 4 4 9 4 2 Ah, da hinten war noch mehr, da hinten war noch einer, okay. Oh, shit, er ist da drüben, er ist gefährlich. Das bin ich. Okay. Die Waffe erstmal. Okay. Wo ist er denn hier gelaufen? Kann ich irgendwas machen? Oder auch nicht? Ja, okay. Da ist auch er. Ja. Mhm, mhm, mhm. Wir müssen einmal längs. Weg! Eine hier da drüben. Oh, kommt der jetzt rüber? Ja. Hier ist er! Ah, oh. Oh, oh, oh. Okay, da kann der Fall wieder einsammeln. Witzig, da können wir auf jeden Fall wieder einsammeln. Ah, auf jeden Fall Waffen-Position. Die war ja gar nicht meinsam und deshalb bescheiden. Aber das ist eine Axt. Die holen wir uns mal. Vor allem? Okay, okay, okay. So, da hinten ist auch einer wieder. Da röchelt er noch ein bisschen rum. Oh nein, der Fall ist gebrochen, hier. Das ist ja blöd. Und durchs Haus gehen? Ja, müssen wir. Gut, schleichen wir durchs Haus. Erstmal hier mit uns heilen. Können wir noch irgendwas machen hier? Besser haben wir... Okay, das Ding immer ein bisschen... Das kann man euch mal machen. Ein bisschen fieser ist, wenn du sagst. Okay, das geht noch nicht. Voll. Ich mag kein Leben benutzt. Nee, ist keiner. Ah, guck mal, wir kommen auf jeden Fall hier rüber. Sollen wir jetzt hier hin? Oder müssen wir längs? Ach, üh. Hab dich, Arschloch. Mach ihn kalt. Halt ihn fest. Scheiße. Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Ja! Fuck! Jetzt zieh mich an sie her. Ich hole dir die verdammte Kühlschreibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Ja, blau. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ich lege nicht. Ah. Ja, feier Zeugen. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein. Ja, ist schon heftige Zehen zwischendurch, ne? Schau'n auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Ah! Na, sie ist aber mutig. Vielleicht passen wir auch. Mist. Mann. Was ist denn bloß los mit denen? Na hin, Ellie. Ich brauch ne Waffe. Ich lasse euch. Okay. Ich schaff das. Lies auf, mir war schon mal Leben. Also. War schon mal gut. Kann ich mich zusammenbauen hier? Mit dem Besser gegen die Schutzwaffe ist immer ne dumme Idee, ne? Muss man nebenbei. Oh, verdammt. Mir reicht's langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet. Und sie ist infiziert. Was ist das hier? Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Haftkraft ab. Oh, fuck. Oh, kommt da geiler Teamer. Sie ist weg. Weiter suchen. Scheiße. Scheiße. Ob das gut geht? Ich trau mich nicht raus. Ich mag das. Oh, ne? Geh eher raus. Dann schnau ich mir nur den. Sie ist nicht hier drüben. Dafür wirst du mit sein. Oh. Okay, vielleicht kann man ein bisschen Munition sammeln. Wer ist da? Blöder ist Arschloch. Naja, im Endeffekt machen die das gleiche wie wir, ne? Wir sollen uns überleben. Die Frage, warum der so ein Penner war, ne? Da geht's längst und längst und müssen wir hier raus in den Schneesturm. So, ne Glocke höre ich dir, dass ich klingelne. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Na doch, da kommt das. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da ist einer runter gegangen. Ja, vielleicht können wir ihn noch erwischen. Er folgt euch ja auch dem Fußschritt von irgendwie, ne? Mann, Mann, Mann! Ein bisschen aufpassen hier, die sind auch immer relativ flott unterwegs. Das wird ja auch nicht besser. Liegt da, wo ich was einsammeln kann? Ne. Da waren zwei gerade, glaube ich. Kann man jetzt nicht so gut sehen, aber da war glaube ich im Nebel drin. Jetzt konnte ich irgendwie das Geräusch hören. Da ist auch einer. Nur der eine da? Entscheidend, ne? Das ist ganz cool gemacht mit dem Schnee, finde ich. Sieht wirklich echt gut aus. Sieht nicht schnell, natürlich. Die Mutation hat auf jeden Fall fallen gelassen, das ist schon gut. Hinweis. Wir müssen da hin. Gut. Sie ist eine ganz schöne Mäuchenmörderin, muss man sagen. Also ich meine, so ein Mädel, die haut da ganz gut rein. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, aber erstmal da hoch. Oh, oh. Kommt die Rüge zu mir? Der ist da? Der kommt hier? Okay. 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 Uh-hmm. Okay. 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 Da ist auch noch einer. Gut, gut. Ich habe eine Mission fallen gelassen. Natürlich nicht. Warum sollten sie es auch, ne? Die ist ja lebenswichtig und wir brauchen sie. Aber fallen lassen können sie die nicht. Wer hier draußen? Nee. Auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier nicht gekommen, glaube ich, ne? Ja. Ich gehe nochmal rein und versuche hintenrum rauszukommen. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gedacht, dass ich da hin muss. Aber jetzt muss ich jetzt mal den Weg da rein finden. Das heißt, hier raus. Glaub ich mal ein bisschen hier. Wo soll ich hin? Naja, wo der Hinweis gezeigt hat, ne? Wo soll sie hin? Du hast ja wahrscheinlich schon alle getötet. Das ist ein warmes Feuerchen. Das ist doch mal nett. Oh, ich sehe hier vor keine Menschen. Oh, hier wird lecker gegrillt. Das ist voll. Das ist voll. Achso, wenn das voll ist, dann lass uns doch mal kurz das ruhig nutzen. Dann können wir das Ding ja mitnehmen. Dann haben wir noch einen. Perfekt. Perfekt. Hm. Ja, ist schon gemütlich hier. Alles lokal, ne? Aber wo soll er hin? Ich muss ja hier rausgehen. Hier durch die Fronttür. Oh, da ist er. Oh, scheiße. Du kannst nirgends hin. Nein, entwas. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Okay, das geht nicht. Ja, das geht ja nicht. Wie, ist die Frage. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Ich brauch die Schlüssel. Auch kein Backstein, wenn er es nicht wehren kann. Was ist jetzt, Ellie? Du musst zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Da hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Ja. Ich muss versuchen, ihn von hinten zu überraschen, glaub ich. Du musst dich schon etwas mehr anstrengen. Hey, Ellie. Oh, ich muss zum Werfen. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Da sind Glasscherben rechts. Da kann ich nicht durchgehen. Ach, Mann. Ach, Mann. Wie in deiner Hand? Der Verband, okay. Möchtest du nicht, dass es aufhört? Ellie? Ellie, komm schon. Ich weiß, dass du mir unbedingt etwas sagen willst. Nein, gar nichts. Bist du sicher? Habt du mal mehr Messer. Das war gut, Kleiner. Alles kommt in Ordnung. Okay. Ich habe mich nicht aufhört. Das war gut, Kleiner. Okay. du überraschst mich immer wieder so schade dass du uns ablässt nicht geschafft jetzt ist es zu spät wenn du aufgibst wird es kurz und schmerzlos ich werde dich schön abmurksen wo ist das? das kommt dann Oh, oh, oh. Ach so, jetzt bin ich eher, okay. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo sie fast drauf geht. Oh, nein. Ausschrammen. Hey, hey, send me an ID in truck. Oh, oh. Oh, oh. 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 er hat mich das gerade das war eigentlich ziemlich dicht dran wenn ich gesehen oben noch noch mal die ganze scheiße das ist sinnlos ich kann nicht die dankstelle naja ok einige ja 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 kann ich was rein ich bin ich schlüssel Kann ich nicht, alles gut. Hier weg bin ich nicht. Hier müssen wir schon raus gehen. Dann wäre ich ja okay, aber wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich vorne durch irgendwie, ne? Irgendwie müssen wir da durch. Ich treffe ihn echt mit nem Pfeil hier? Warum ist noch einer? Scheint keiner zu sein, ne? Der Pfeil ist leider kaputt. Hm, da oben komm ich jetzt auch nicht gern so drauf, ne? Schade, schade, schade. Hier sind keine Leute gerade. Warte ich wissen, was mit Ellie passiert ist, ne? Oh ja! Scheiße, du bist tot. Okay. Waffe ist natürlich ganz gut, aber ich muss leider die andere wechseln. Weil ich nämlich keine Dings mehr hab. Weil man nicht mehr so viel Position. Ich brauche mal irgendwas zum... Ähm, ich brauche irgendwas zum Heilen mal langsam. Oh, das sieht aus wie eine Falle hier. Hm, oder auch nicht. Was ist das? Ellis Rucksack. Was macht Ellis Zeug hier? Na. Das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.